Hallo! In Deutschland gibt es kostenlose Bildung für alle. Schulgeld oder Studiengebühren werden an staatlichen Einrichtungen nicht erhoben. Wer aber für das tägliche Leben nicht von seiner Familie unterstützt werden kann, hat ein Recht auf finanzielle Unterstützung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, meist abgekürzt als BAföG. BAföG-Unterstützung gibt es in der Regel für Deutsche und für Bürger der Europäischen Union sowie für anerkannte Flüchtlinge. Studenten an einer Hochschule können ca. 750 Euro BAföG pro Monat bekommen. Dazu darf man sich noch maximal 450 Euro pro Monat selbst dazu verdienen. Die Unterstützung ist an strenge Regeln gebunden. So muss man regelmäßig seine Noten vorzeigen und seine Kontoauszüge vorlegen und man muss detaillierte Angaben zum Einkommen der Eltern oder des Ehepartners machen. Außerdem gibt es noch bestimmte Altersgrenzen. Das Geld, das man als Unterstützung zum Studium bekommen hat, ist übrigens zur Hälfte ein Geschenk des deutschen Staates. Die andere Hälfte des Geldes muss nach dem Studium an den Start zurückgezahlt werden. Und zwar egal, ob das Studium erfolgreich war oder nicht. Unser Tipp, die Studentenwerke am Studienort sind Ansprechpartner für alle Fragen rund ums BAföG. Also Hingehen und Fragen.